Hallo und herzlich willkommen auf Veras Blockflötenkanal. Heute zeige ich euch alle Griffe auf der Altblockflöte vom tiefen F an, dem eingestrichenen F, über fast drei Oktaven bis hoch zum viergestrichenen D und zwar für die barocke Griffweise. Zu jedem Ton zeige ich euch genau, wie er gespielt wird und zu einigen gebe ich auch noch Erklärungen, wie genau sie gespielt werden und wie sie vielleicht besser klappen. Falls ihr neu seid hier, mein Name ist Vera Petry und ich gebe euch Tipps zu gutem und schönem Blockflötenspiel. Ja, heute bin ich eure lebende Grifftabelle für die Altblockflöte. Ihr habt euch das ja gewünscht als Video, nachdem ich vor ganz kurzer Zeit ein gleiches Video für die Sopranblockflöte gemacht habe mit allen Griffen. Und falls ihr das noch nicht kennt, das verlinke ich hier unten drunter unter dem Video im Infokasten, könnt ihr euch das noch anschauen. Es geht heute noch ein bisschen weiter im Umfang als bei dem Sopranblockflöten Video, nämlich von unserem tiefsten Ton auf der Altblockflöte an dem eingestrichenen F bis zum viergestrichenen D. Das Ganze zeige ich euch nicht nur in der normalen Altblockflötennotation, sondern auch in der sogenannten chorischen Notation, wo ihr oktavieren müsst. Denn das weiß ich von vielen Schülerinnen und Schülern, ist für viele ein Hindernis, ein großes Problem, wenn man oktavieren muss, zum Beispiel im Blockflötenensemble. Und das Ganze mache ich für die barocke Griffweise, die ich bevorzuge. Warum das ist, das habe ich auch in meinem Video erklärt. Das verlinke ich auch hier unten im Infokasten. Wenn ihr jetzt nur eine deutsche Griffweise habt, stimmen viele der Griffe auch überein. Es gibt natürlich auch viele gedruckte Grifftabellen. Wenn ihr zum Beispiel eine Schule für Blockflöte habt, für Altblockflöte, also ein Lehrwerk, ein Heft, ein Buch, dann ist da auch oft eine Grifftabelle dabei. Oder im Internet findet man auch welche. Aber es gibt dann zum Teil für jeden Griff ganz viele verschiedene Optionen. Und deshalb zeige ich euch mal meine gängigen Griffe heute und kann euch ja dann auch wirklich lebendig zeigen, wie ihr die greift und wo vielleicht auch die Schwierigkeiten sein könnten. Bevor wir loslegen, denkt bitte daran, meinen Kanal zu abonnieren. Da würde ich mich sehr freuen. Das könnt ihr, indem ihr hier in dem, wo ihr mich seht, unten von euch aus rechts auf Abo klickt. Da könnt ihr dann, werdet ihr zum Abonnieren geleitet oder einfach unter dem Video auf Abonnieren. Und dann liegt es noch aufs Glöckchen. Da bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn wieder ein Video von mir neu erscheint. So, unter dem Video, auch in diesem Infokasten, ganz wichtig für euch, markiere ich wieder die Zeitstellen, also mache ich Zeitangaben, wann ich welchen Griff zeige. Denn es kann ja sein, dass einige von euch sich nicht das ganze Video anschauen wollen und alles dazu oder nicht immer wieder, wenn ihr mal einen bestimmten Griff suchen wollt. Wie ging der noch? Und dann könnt ihr einfach unten in der Liste unter diesem Video schauen, bei welcher Minute das war und welcher Sekunde. Und da klickt ihr einfach drauf, dann kommt ihr direkt zu dieser Stelle. Und die oktavierten Töne, die werden ja eben, das sind ja dieselben Töne, aber die werden ja eine Oktave tiefer notiert in den Noten. Die kommen hinten dran gehängt. Auch darüber kriegt ihr eine Zeitangabe hier, habt ihr die unter dem Video. Und dann könnt ihr nochmal nur die oktavierten Töne euch anschauen. Also nach den normalen, den normal notierten Tönen. Jetzt wieder die kleine Warnung, wie auch beim Sopranblockflöten-Video. Falls ihr ganz neu anfangen solltet mit Blockflöte spielen und ihr wollt mit der Altblockflöte beginnen, was absolut nicht abwegig ist als Anfänger. Denn die Sopranblockflöte als Anfangsinstrument wird eigentlich traditionell deshalb benutzt, weil Kinder damit oft anfangen mit Blockflöte und kleine Hände haben. Aber eigentlich ist die Altblockflöte unser Hauptinstrument, für das es, glaube ich, am meisten Stücke gibt auch. So, genau, was wollte ich jetzt sagen? Genau, also wenn ihr ganz neu anfangt mit der Blockflöte, mit dem Blockflötenspiel, dann fangt bitte nicht beim tiefsten Ton an. Ich zeige sie euch natürlich heute in dieser Reihenfolge von unten nach oben mit allen Halbtönen. Aber wenn ihr ganz neu Blockflöte lernt, macht es Sinn, irgendwo in der Mittellage zu beginnen. Und das auch möglichst didaktisch aufgebaut durch euren Lehrer oder Lehrerin unterstützt oder durch ein gutes Lehrwerk oder einen Kurs oder was auch immer. So, das war die Warnung, wie so nach dem Motto Ihr Arzt und Apotheker. Und jetzt können wir loslegen. Der tiefste Ton, habe ich ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, ist natürlich unser tiefes F. Bei dem alle Finger drauf sind, also auch der Daumen hinten auf dem Daumenloch einfach entspannt ganz drauf. Und ich sage entspannt, das ist für manche Leute gar nicht so ein entspannter Ton. Das kann von allen möglichen Faktoren natürlich abhängen, eure gesamte Haltung, eure Fingerhaltung, eure Handhaltung. Und als allerwichtigsten Tipp möchte ich euch einfach sagen, versucht die Finger entspannt drauf zu machen. Wenn der nicht klappt da unten, das tiefe F, dann nutzt es nicht, dass ihr fester drauf drückt oder dass ihr guckt. Habe ich die Finger richtig drauf, die Flöte dreht und dann stimmt wieder nichts. Also versucht mal darauf zu achten, dass ihr zum Beispiel, wenn ihr das tiefe F spielen wollt, nicht hier irgendwo verkrampft seid, in der linken Hand. Also vielleicht mit dem Daumen hier drauf drückt. Deshalb sage ich entspannt drauf. Dann kriegen wir das tiefe Fis. Oder auch das tiefe Gess. Das ist ja enharmonisch verwechselt das Gleiche. Und das spielen wir, indem wir den tiefsten Finger, den kleinen Finger ein bisschen hochheben und aufs halbe Loch setzen. Man kann auch die ganze Hand drehen. Diese Technik gibt es auch. Ich versuche lieber, den Finger ein bisschen zu kürzen, sozusagen, indem ich ihn so ein bisschen runder mache, dass der kleine Finger dieses halbe Loch trifft. Und ihr seht schon, ihr braucht jetzt dafür eine Blockflöte mit Doppellöchern. Und wenn die Blockflöte eine barocke Griffweise hat, hat sie normalerweise auch doch Doppellöcher. Also wenn es jetzt keine Renaissanceflöte ist oder so, wie hier meine Ganassiflöten, die haben natürlich keine Doppellöcher. Die sind aus früherer Zeit. Aber die hochbarocken Blockflöten, wie viele von euch, die sehr wahrscheinlich spielen, haben diese Doppellöcher. Es kann auch sein, dass ihr eine Blockflöte mit Doppellöchern habt, die trotzdem deutsche Griffweise hat. Das ist dann schade natürlich. Also am besten ist wirklich die barocke Griffweise. Das kann ich euch nur ans Herz legen. Wenn ihr wirklich sauber gestimmt und nicht schief klingend spielen wollt, dann kommt ihr nicht drumherum um eine barocke Griffweise. Das war eben das Fis oder auch das Gess. Dann brauchen wir nur diesen kleinen Finger wieder hochzuheben und wir haben das tiefe G. Und für das tiefe Gis oder auch Ass, das eingestrichene tiefe Gis oder Ass, brauchen wir auch wieder nur den Finger etwas klein wenig anzuheben und aufs halbe Loch zu tun. Dann den halben Finger sozusagen auch noch weg und dann haben wir das tiefe A. Wenn wir das A erhöhen mit einem Kreuz davor oder wenn wir das darüberliegende H erniedrigen, haben wir ein B davor und der Ton heißt auch B. Also A-I's beziehungsweise B. Ja, und das habt ihr ja gesehen. Das ist so ein sogenannter Gabelgriff, nennt man das. Also wenn jetzt der Kleine nicht dabei wäre, so stellt euch vor, das ist ja wie eine Gabel, so drei Zacken. Und das nennt man Gabelgriff, wo also drumherum Finger drauf sind und dann irgendeiner hochsteht. Und das sind beim Blockwirtelspielen die meist die kniffligsten Töne, jedenfalls in Kombination mit anderen Tönen. Wir haben eben keine Klappen. Also bei vielen Instrumenten aus späterer Zeit vor allem gibt es Klappen statt Löchern. So, wir hatten das B oder auch A-I's. Dann das H. Das spiele ich, indem oben alle drauf sind und rechts zwei drauf und natürlich bisher ist überall der Daumen hinten einfach auf dem Loch ganz drauf. Nehme ich die beiden wieder weg, bekomme ich das C. Und das C kann ich auch wieder mit einem Kreuz erhöhen. Dann ist es ein Cis. Oder wenn ich von oben drüber komme, vom D und das hat ein B-chen davor, dann ist das ein Des. Und das ist wieder enharmonisch verwechselt der gleiche Ton. Und da würde ich euch jetzt mal sagen, in der Praxis ist es am besten, ihr benutzt ein und denselben Griff für das Cis oder auch das Des. Und ich zeige euch gleich aber noch die Alternativen. Also Cis beziehungsweise Des. Erstmal, was unlogisch ist, ihr kamt ja vom C und wolltet höher gehen zum Cis oder auch Des. Dann habt ihr in der linken Hand einen Finger weniger drauf zu machen, was gut ist. Aber rechts kommen plötzlich Finger dazu. Und das hat eben auch wieder damit zu tun, dass wir alles hier ohne Klappen machen müssen bei der Blockflöte. Und als gängigen Griff, den ihr eigentlich Standard immer verwenden könnt und dass es eigentlich ziemlich sauber gestimmt immer klingt, ist dieser mit 1, 2 und noch einem halben Finger drauf. Wenn ihr jetzt wirklich ein astreines Cis haben wollt, was in einem zum Beispiel A-Dur-Akkord richtig schön tief klingt, dann könnt ihr die Finger der rechten Hand ganz drauf machen. Dann macht ihr einfach drei Finger ganz drauf. Ich warne euch aber, dass ihr das Standard immer macht. Denn wenn ihr den letzten Finger da unten immer ganz aufs Loch macht, ist der Ton zu tief meistens. Im Gegensatz dazu kann es öfters mal vorkommen, wenn ihr ein Des spielen wollt und in einer bestimmten Tonart seid, dass ihr das schön hoch braucht, damit es sauber stimmt. Und dann würde ich eben den dritten Finger da unten ganz weglassen und nur oben zwei, unten zwei Finger. So, jetzt wollen wir zum D. Und da müssen wir nur rechts die Finger wieder wegnehmen, ist klar. Vom D aus geht es dann wieder einen halben Ton höher und jetzt kommen wir zum Diss oder auch Es. Und da würde ich, wenn es ein Dis ist, den Griff nehmen, den wahrscheinlich die meisten von euch fürs S auch benutzen, also Diss oder Es benutzen, nämlich links ein Gabelgriff und rechts den ersten Finger dazu. Ich benutze lieber für das S einen anderen Griff, der ein bisschen höher klingt und der in meinen Ohren besser gestimmt ist und den ich eigentlich Schülerinnen und Schülern von Anfang an so beibringe oder sie sogar manchmal umlernen lasse. Das klappt bei manchen gut, bei manchen ist es zu sehr schon drin. Aber jedenfalls würde ich sagen, spielt das S so. Wenn ihr jetzt aber gewohnt seid, das so zu greifen, macht euch keinen Kopf. Ihr könnt probieren, das umzulernen, immer wenn es ein S ist, diesen Griff zu nehmen, muss aber nicht sein. Dann nehmen wir das ganze Gedöns hier weg und haben dann das E. Und natürlich immer noch den Daumen hinten ganz drauf. So, jetzt kommen wir zum F, zum zweigestrichenen F, das heißt, hier beginnt unsere zweite Oktave. Und immer noch mit ganzem Daumen hinten drauf, vertauscht ihr jetzt einfach Zeigefinger und Mittelfinger. Jetzt gehen wir zum Fis oder auch Gess. Und da würde ich euch auch empfehlen, nehmt einfach einen und denselben Griff. Und zwar diesen, wie ich den gezeigt habe gerade. Das heißt, hinten ist der Daumen jetzt ganz weg. Das ist der erste Ton, bei dem der Daumen ganz weg ist vom Loch. Was natürlich nicht heißen soll, dass er einen halben Meter weit weg ist. Also versucht noch in der Nähe des Griffloches zu bleiben. Und achtet gut auf eure gesamte Balance der Blockflöte. Eure Haltung und die gesamte Balance und die Stützpunkte der Blockflöte. So, dann geht es weiter zum G. Und das war ganz einfach. Da musstet ihr nur einen Finger oben noch wegnehmen. Der Ton ist natürlich in der Balance noch am kniffligsten. Ihr könnt hier als drei Angelpunkte sozusagen euren Mund nehmen, euren rechten Daumen, auf dem die Flöte ruht und diesen einen Finger, ohne dass ihr jetzt irgendwo feste drauf drückt oder zubresst. Ja, also das sind Balancepunkte. Und jetzt kommt ja das Gis bzw. Ass und das nenne ich immer Brot ohne Kruste. Das hat nämlich oben nix und unten nix. Also hier diese beiden Finger und hier die ganzen drei. Unten nichts drauf, hinten nichts auf dem Loch, also auch kein halber Daumen und den Zeigefinger auch nicht drauf. Das ist das Gis bzw. Ass. Das ist so ein typischer Griff, wo mich Schülerinnen und Schüler immer wieder fragen, wie geht denn der noch? Also was am häufigsten schiefgehen kann dabei ist, dass ihr den Zeigefinger mit drauf macht und dann klingt der viel zu tief. Ich zeige euch das mal im Vergleich. Ja, und das könnt ihr euch vorstellen, wenn man dann das mit den anderen Tönen vergleicht oder auch mit dem Instrument, mit dem man zusammenspielt, klingt das super schief. Und das Image der Blockswürde wollen wir ja absolut nicht unterstützen. Also achtet drauf, oben nix, unten nix. Oben nur zwei Finger, oben drei, dass ihr jeweils einen nicht drauf habt und ohne Daumen. Jetzt geht's weiter. Jetzt kommt das zweigestrichene A. Und wie ihr unschwer erkennen konntet, sind jetzt vorne alle drauf bis einschließlich dieser beiden. Und jetzt ist zum ersten Mal tatsächlich der Daumen hinten nur ein Stückchen weit drauf. Man sagt eigentlich halb geöffnet. Ich sage lieber fast geschlossen. Und ich benutze dafür, wie ihr sehen könnt, die Knicktechnik. Ich knicke den Daumen, ich beuge das Daumengelenk, das erste, damit es auch wirklich gut passt und damit die Bewegung deutlich ist. Wenn ihr Fragen dazu habt, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, was diesen Daumen betrifft, dieses Halbloch und diese Knicktechnik oder auch alternativ die Schiebetechnik. Und ich habe dazu auch schon mal Videos gemacht. Die verlinke ich euch auch wieder hier unten im Infokasten. Die könnt ihr euch später dann ansehen. Und ab jetzt, ab diesem hohen A, sind alle Töne, die ich euch zeige, mit so einem leicht geöffneten Daumenloch. Wenn ihr das Daumenloch zu weit öffnet, sprechen die alle nicht an, die jetzt gleich kommen. Deshalb macht das ganz wenig auf und wenn es geht, benutzt die Knicktechnik. Dann kommt das zweigestrichene B. Da habt ihr ja gesehen, da haben wir rechts wieder einen Gabelgriff. Wenn ihr jetzt statt der beiden äußeren umgekehrt macht, den mittleren drauf, dann kommt das hohe H. Ja, und dann brauchen wir diesen einen nur wegzunehmen, immer noch hinten halb natürlich mit dem Daumen. Und dann kommt das hohe C. So, dann geht es weiter zum hohen Cis bzw. Des. Und auch das ist ein Ton, wo ganz viele von euch immer Rätsel raten. Wie geht der? Also das erstaunt mich immer wieder, dass in den Noten, die jemand spielt im Unterricht, viel höhere Töne noch vorkommen als dieses Cis, aber die kein Problem sind. Nur das Cis irgendwie immer so ein Mysterium. Ich weiß nicht wieso. Auf jeden Fall müsst ihr also vom C aus einen Finger wegnehmen, was schon mal logisch erscheinen würde. Dann seid ihr aber schon zu weit, dann seid ihr beim D. Deshalb müsst ihr nochmal ein Fingerchen drauf machen, damit es ein Des ist oder ein Cis. So, dann logischerweise, wenn wir den einfach wieder wegnehmen, dann kommt das dreigestrichene D. So, und jetzt müsst ihr wieder, um einen Halbton höher zu können, Finger hinzunehmen. Und zwar gleich eine ganze Menge, nämlich drei Stück. Eins, zwei, drei. Und zwar den ganz, ganz normal drauf. Und dann habt ihr das hohe Dis bzw. Es. Ja, und dann wird es ganz einfach, wenn ihr jetzt einen Halbton höher wollt, also zum hohen E, dann müsst ihr einfach nur den dritten hier wegnehmen. Dann habt ihr das dreigestrichene E. So, und jetzt ist es auch wieder so mit den Griffen. Bis dahin kann es schon kompliziert gewesen sein. Jetzt wollt ihr vom E direkt zum F, weil das E ist, wäre ja auch ein F. Also da haben wir ja keinen Halbton dazwischen. Ihr wollt zum F und jetzt müsst ihr hier diesen wegnehmen. Das ist jetzt irgendwie vielleicht nicht logisch erscheint, ist aber einfach so. Also vorher habt ihr hier immer rumhantiert, entweder was dazu oder was weg. Und jetzt seid ihr schon beim hohen E gewesen und wollt jetzt das dreigestrichene F. Und da müsst ihr eben hier einen Finger wegnehmen. So, wir sind also schon in der dritten Oktave angekommen und jetzt wird es ein bisschen wild. Ganz viele der Töne, die jetzt kommen, die jetzt noch höher gehen in dieser dritten Oktave, sind mit geschlossenem Schallloch gespielt. Also da muss ich tatsächlich dieses Loch auch noch schließen. Und da ich meine beiden Hände ja brauche dafür, bleibt mir nur mein Oberschenkel, um das zu tun. Und hier eine ganz große Warnung, wenn ihr das probiert, probiert das bitte im Sitzen auf einem Stuhl, wo ihr gerade sitzt, keine Armlehnen habt, damit ihr euch bloß nicht eure Zähne ausschlagt. Und man kann das auch im Steht machen. Ich habe es ja schon ein paar Mal gemacht, deshalb mache ich das jetzt. Und ich kann ja auch hier mir Zeit nehmen, das ganz ruhig zu machen. Wenn man das jetzt mitten im Stück hat, muss man echt aufpassen. Einen Ton ohne Stopfen, so wie man das nennt, und einen mit, dann geht das zack, zack. Also passt auf, ja. Also wir waren eben beim hohen F. Jetzt kommt das hohe Fis oder auch Ges. Mit hoch meine ich jetzt drei gestrichen. So, und dann habt ihr ja gesehen, jetzt haben wir einen doppelten Gabelgriff, was man sich gut merken kann. Aber ganz wichtig, auch wenn ihr das in irgendwelchen Grifftabellen nicht findet, macht noch das halbe Loch unten zu. Nicht das Ganze, nur das halbe. Dann ist er perfekt gestimmt und er spricht leichter an, als wenn ihr nur so macht. Also wenn ihr den jetzt nur so macht und ihr blast volle Kanne rein, was man ja auch nicht machen soll bei den hohen Tönen. Und man soll ja schnell blasen und gar nicht so laut. Aber eine gewisse Lautstärke braucht das hohe, das ist er übrigens noch nicht, ich muss ja noch stopfen. Also das hohe Fis oder Ges, genau. Aber wenn ihr den halben drauf macht, ist es alles Paletti. So, und dann muss ich eben noch unten zuhalten und dann mit deutlicher Artikulation zack blasen, wie mit einem kleinen Pfeil. Okay. So, jetzt wird es relativ leicht. Jetzt müsst ihr für das hohe G, das dreigestrichene G, einfach nur denselben Griff nehmen, wie ihr gesehen habt und diesmal nichts zu stopfen unten. So, und jetzt ist es leider relativ unlogisch, wie die Griffe weitergehen. Da kann ich euch jetzt nicht so gut helfen, ich kann es euch nur zeigen, wie es geht. Jetzt kommt das dreigestrichene Gis bzw. Ass. Und jetzt wird es wieder einfach. Für das dreigestrichene A braucht ihr nur das Stopfen wieder hinzuzunehmen. Also nur. Also das dreigestrichene A. Dann kommt das dreigestrichene Ais bzw. B. Also ab jetzt wird es immer schriller und es kann sein, dass diese Griffe, die jetzt so ganz hoch gehen, ein paar haben wir ja noch, dass die auf eurer Altblockflöte nicht zu funktionieren scheinen. Dann seid ihr vielleicht im falschen Register gelandet. Dann müsst ihr noch gezielter blasen und schneller und mit deutlicherer Artikulation. Es kann auch sein, dass bei eurer speziellen Altblockflöte diese Griffe doch anders gehen. Also da kann ich jetzt keine Garantie geben. Ihr habt ja normalerweise Grifftabellen mitgeliefert bekommen mit eurer Blockflöte, wenn ihr die im Laden gekauft habt. Da könnt ihr auch nochmal nachschauen und dann hoffe ich, dass das bei euch klappt. Die Frage ist ja, wann braucht ihr diese Töne mal? Also ich will sie aber heute dazu nehmen, weil man weiß ja nie, wer sie gebrauchen kann. Und dann haben wir das ein bisschen vollständig hier. Ja, dann käme jetzt das viergestrichene C. Ja, und zwei Töne haben wir noch, nämlich das viergestrichene Diss bzw. Es. So, und jetzt kommt der letzte Ton, das viergestrichene D. Und bitte, passt auf, haltet euch die Ohren zu. Nicht, dass einer Gehör geschädigt wird durch mein Video. Das ist echt sehr hoch und kann sehr schrill klingen im Video, wenn ihr euch das jetzt irgendwo mit Kopfhörern anhört oder so. Also Achtung! Das viergestrichene D. So, das war's für heute, eure lebende Grifftabelle für die Altblockflöte. Ganz am Ende dieses Videos findet ihr noch die oktavierte Version derselben Noten. Wenn ihr Fragen hierzu habt, bitte schreibt mir, schreibt mir in die Kommentare oder geht auf meine Website, die ist auch verlinkt, da könnt ihr mich kontaktieren. Auf jeden Fall hoffe ich, dass ihr jetzt Nutzen hier rausziehen könnt und dass sich einige Rätsel gelöst haben. Falls euch das Video gefällt, dann gebt mir gerne einen Daumen hoch und falls ihr lernen wollt, wie ihr richtig gut, wenn ihr auch schon fortgeschritten seid oder noch nicht so weit fortgeschritten, aber richtig gut diese ganz hohen Töne spielen können wollt oder auch die ganz tiefen, die ja auch manchmal ein bisschen knifflig sein können, dann empfehle ich euch meinen Video Online-Kurs Blockflöte Next Level. Damit haben einige vor euch schon gute Erfahrungen gemacht. Die könnt ihr auch lesen, diese Erfahrungen, wenn ihr auf die Seite geht von meinem Kurs, dann seht ihr, was andere Teilnehmerinnen und Teilnehmer dazu gesagt haben, nachdem sie den Kurs absolviert haben. Ja, alle Info dazu findet ihr hier im Infokasten. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr seid nächstes Mal wieder dabei auf der Rats-Blog-Fürten-Kanal. Ich freue mich auf euch. Bis dahin. Tschüss! Bis dahin. Tschüss! Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020